Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir den Concord von Jacques Offenbach. Das ist ein schnelles Ballettstück und zum ersten Mal benötigen wir alle Töne vom Tiefen See bis zum Hohen See. Hört her? Lasset euch die Noten herunter, druckt sie euch aus und kommt her zum Mitspielen. Wir schauen zuerst auf die linke Hand. Das Stück steht im Zweivierteltakt, deshalb stehen in der linken Hand immer Akkorde in halben Noten. Ihr kennt sie schon aus den vorherigen Stücken. Da ist der C-Akkord und der G-Sieben immer in halben Noten. Und im zweitletzten Takt seht ihr die Akkorde C, G-Sieben und C in Viertelnoten. Bei diesem Stück widmen wir uns vor allem der rechten Hand, nämlich da kommen ziemlich große Sprünge und ziemliche Fingerwechsel. Wir machen wieder den Fingerwechsel auf den fünften Finger zum vierten, damit wir noch einen Finger für das A haben. Wir fangen an mit Takt 1 bis 4. C, jetzt 2, 4, 3, 2, 5 und wechsel auf den vierten bis dahin. Nochmal, das sind drei Takte. C, D, F, I, D, G und wechsel auf den vierten Finger. Ich spiele weiter in Takt 4. Der vierte Finger liegt auf dem G. G, A, E, F, D, G, A, E, F, D und wechsel auf den zweiten. Dann bin ich wieder in meiner Grundstellung. Takt 4 und 5. Der vierte Finger liegt auf D zum Mitspiel. Und noch einmal. 4, 5, 2, 3, 1, 2. Von vorne bis dahin. C, D, F, E, D, D, E, Wechsel auf den vierten, 4, 5, 2, 3, 1, 2. Ich hänge noch einen Takt dran. 2, 4, 3, 2, 1. Und nochmal von vorne. Wechsel auf den vierten. Wechsel auf den zweiten. 2, 4, 3, 2, 1. So, jetzt kommt ein großer Sprung im Takt 7, C, C, und drüber mit dem Mittelfinger. Was wir hier spielen im Takt 7 und 8 ist eine Tonleute abwärts. C, oberes C, vierter, dritter, C, und jetzt geht der dritte Finger drüber und ich bin wieder mit dem Daumen beim C, wie am Anfang. Ganze Zeile bis dahin. Und, fünfter, wechsel auf den vierten, wechsel auf den zweiten Finger, und Sprung, Überwurf, Ich bin jetzt in Takt 9 und das geht fast genauso, nur am Ende ist ein etwas anderer Schluss. Ich spiele Takt 9 mit der rechten Hand und die folgenden. Hört einmal zu, zu, wie oben, zu, bis dahin ist es noch identisch mit der ersten Zeile, aber jetzt, 1, 5, 2, 3, 1, 1. Ihr seht, Takt 15 und 16 ist ein Schluss. Die rechte Hand spielt in Takt 15 und 16 C, E, D, E, C, C, oder 1, 5, 2, 3, 1. Nicht zu verwechseln mit Takt 7 und 8. Dort spielt ihr die rechte Hand weiter oben. C, C, C. So, ich spiele jetzt die Melodie in der rechten Hand und ihr spielt die Akkorde in diesem Tempo. C Akkord, B7, C, C. Und sehr, wir fangen an, C, G7, C, C, G7, nochmal G7 und C, G7 und C, G7. Und C, G7 und C, G7 und C und noch ein C-Apport. Eins, zwei und los, C. Eins, zwei und los, C, G7 und 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 C, Gut gemacht. Ich spiele die Akkorde jetzt und hier spielen die Melodien der rechten Hand. Eins, zwei. Gut gemacht. Wenn ihr soweit seid, nehmen wir beide Hände und wir spielen von vorne in langsamem Tempo. Und... Gut gemacht. 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 Vielen Dank.